Hallo, liebe Gäste, schön, dass ihr hier seid. Sicher wollt ihr erfahren, die Geschichte der Filmsuniversität. Vor einem Jahr wurde die neue Universität eröffnet, das wisst ihr ja alle. Und vor einem Jahr bedeutete das dann auch, dass unser Kugelhaus, die Schule, zu einem Ende kam. Schimpflich ist es, Wissenschaft zu treiben ohne gute Zucht und Sitte. Besonders anstößig ist das Verhalten einiger Studenten, die sich hier in Marburg nicht schämen, Mägde und Frauen zu beschlafen, sich voll zu trinken und dann zu übergeben und dann in den Straßen herumzutaumeln. Trois, deux, un, fünf. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!